Guten Tag wünsche euch und willkommen heute zu einer ganz klassischen Runde Dümdümdümdümdüm Survival Games! Und ihr habt es schon gehört, mit dabei ist der Zombie und wir sehen uns sofort, wenn die Runde losgegangen ist. Bis gleich! So, da sind wir auch schon in der Runde drin, reise ich mit uns los, da hinten steht Zombie Und los, beeil dich Zombie, hol schnell Sachen, wir sind in Team Survival Games Und es geht direkt los, es ist quick quasi, quick Survival Games Vorsicht Zombie! Ich verschlag den schon, der ist schon fast tot Sehr gut, sehr gut, ich booste mich auf aus Ne, hab ich nicht erwischt, aber, komm schon Oh, er hat ne verdammte Angel, aber ich hab dich dahingeschlagen Nein, da ist er noch! Nein, Zombie, Zombie hat ne Scheiß-Dier-Rüstung! Oh, nee Bin tot! Ah, du bist auch tot Es gibt schon was länger, oder hast du noch nicht die 1.8 gehabt? Nee Egal, wir sind zur nächsten Runde, das war richtig skillig, Leute, das war skillig Oh, was ist das? Das ist die Map von Counter-Strike, die ganz alte Aztek, ultra geil, okay Wir spielen so lange eine Runde, bis wir eine gewinnen, okay Zombie? Wir spielen, genau, wir spielen quick Team Survival Games Ja, das ist nicht fair, die Map Alter, zwei Eisenteile Nein, shit, ich hab leider gar nichts Ich hab gar nichts Drei Eisenteile Zombie, da bist du, du bist oben, komm runter, komm runter, komm runter Okay Komm runter, tötet den, tötet den, tötet den, tötet den Der ist auf mich fixiert Der hat Steinschwert, der hat Steinschwert Ich weiß, aber der... schaffst du den? Ja, aber hier kommen überall Leute Ja, scheiße, versuch alle abzuschlachten, nein Nein, ich bin tot Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, du hast ein Steinschwert, du schaffst das Nein, oh, schade Okay, wir werden eine Runde gewinnen, Leute, wir sehen uns gleich in der nächsten Runde Gucken, wie viele Runden wir noch brauchen, bis wir mal eine Runde schaffen Ähm, ja, sammle schnell Sachen Zombie und dann lass es gleich treffen und dann mach ein richtiges Team hier Okay, okay Unser Problem ist, dass wir immer... Eisenschwert Ich hab, ich hab heute... Du hast ein Eisenschwert? Ich hab ein Eisenschwert Okay, das hört sich doch Und ich töte einen mit der Eisenrüstung Komm, gib mir die Eisenrüstung Hört sich verdammt gut an Jetzt hab ich eine Eisenrüstung Okay, mir steht es super gut Ja, bei mir steht es so gerade, ich kämpfe gerade gegen einen mit einer Goldrüstung Und wenn ich den töte, hab ich... Oh, der ist aber am... Der hittet... Ah, ich seh dich, ich seh dich Ja, wo bist du, wo bist du? Direkt in dir eigentlich Ich geh schon in dir Ah, hallo, ich zieh mich ja eben um Okay Ähm, hier sind noch Eisenschuhe Hier ist ein Bogen für dich und ein paar Pfeile Pfeile sind sehr gut, danke Okay, komm, komm los, 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 los Jetzt wird geschlachtet, jetzt wird geschlachtet Okay Ich hab noch kurz die Eisenschuhe angelegt So, jetzt holen wir uns die da hinten Oh, ah Ich eh alle gegenseitig schlagen Nice, nice, nice Den holen wir uns, den holen wir uns Ja Oh, der holt seinen Bogen raus Oh Du hast ein Eisenschwert, alter Nice Benichtet Okay, weiter, weiter, weiter Den holen wir uns direkt den nächsten Okay, die Runde räumen wir jetzt auf Okay, Ziemann Oh, jetzt will er aufs Dach fliehen Ah, jener Britta, ja Ja Eiskalt Ja Oh, ich wusste, dass er es macht Aber ich bin bei ihm, ich bin bei ihm Okay, okay Hab ihn runtergeschubst Aber war noch mal Pfeile stand kassiert? Okay, ich versuche einen Bogen zu benutzen Bam Okay, er ist gut geschwächt, er ist richtig gut geschwächt Ah, hinter uns, hinter uns Okay, ich drehe mich um Nein Nein, das sind so viele Zombie Renn weg, renn weg Okay, ich renne Renn Ich bin entkommen, ich bin entkommen Ich bin entkommen Ich nicht, nein Nein, das waren auf einmal Da waren auf einmal so... Da waren auf einmal sechs Leute hinter uns Shit, das hat einer von denen ein Eisenschwert Shit Okay Holy Shit Irgendwann von der ganzen Armee angegriffen Na, war es ein Dreierteam oder was? Ich weiß es nicht Da stehen zwei Der hat ein Eisenschwert Aber ich muss hier weg Ich hab nicht mehr viel Leben Oh, und den? Sprung überleb ich nicht Oh, der doch Wir haben beide Eisenschwerter, wenn ich es richtig... Nee, nee, nee Nein Oh, what the fuck Da kommen alle hinter uns her Oh, Scheiße So, jetzt sind wir auf der altbekannten Map Raid Alter, wie wir hart verkacken Egal, wir sind die Besten Immer Ich hab zwei Steaks, wir können nur gewinnen Und auch eine Goldhose, oh Vielleicht entschwert dir auch ganz geil Mein Wunsch wurde erhöht Geht's dir gut? Mir geht's sehr gut Okay Hab einen getötet? Ja, ich auch Hab auch einige schon getötet Wunderbar? Nein Der hielt mich weg, der hielt mich weg Nee, ich hielt ihn weg Ich hab schon vier Leute getötet oder drei Ich weiß nicht ganz genau Okay, okay, okay Das ist sehr gut Ich fände überall nur Eisenhosen Jede Kiste hat eine Eisenhose drin, was ist hier los? Ich brauch eine Eisenhose Nee, ich hab eine Eisenhose schon Okay, mir geht's sehr gut, mir geht's sehr gut wieder Okay, jetzt muss ich dich nur fänden Ich hab aber leider auch immer nur ein Holzschwert Ich hab einen Goldapfel Oh Okay, nice Dicke Beute Okay Okay Zombie, das schaffen wir Die Runde schaffen wir Da ist einer mit einem Steinschwert Verfolgt ihn mal ganz heimlich Ja Er hat eine volle Goldrüstung an Vielleicht siehst du den denn dann Weil es scheint gerade Lehrer zu werden Oh, hier sind so viele Oh mein Gott, hier sind so viele Ich bin gerade in so einem Platz, wo sie wieder so viele sind Da kommt einer mit meinem Skin zu mir Okay, ich renne vor dem mit dem Steinschwert gerade weg Weil ich mich nicht unbedingt mit dem battlen will Der die Kiste guckt Nein, da wird ein Steinschwert Der wird mich killen Nein, 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 nein Nein So, jetzt sind wir in der Map, die meiner Meinung nach am allerstressigsten ist Die kleinste Map Wo am meisten auf einem Fleck passiert Nämlich Cibar Tower Wenn wir die Runde schaffen sollten Was ich nicht glaube, das wäre unlogisch Ähm, das wäre schon krass Weil das ist wirklich nur eine Geschlachte Also man trifft hier die ganze Zeit Leute und man schlachtet sich einfach nur noch Pass bloß auf dich auf Okay, ich hab schon zwei getötet Nice, siehste das meine ich Man schlachtet hier einfach nur durchgehend Weil das ist so Man kriegt aber auch einen Lebensrecken-Effekt Wenn man einen tötet, ne? Das ist so eng Auf einem Haufen Ich hab auch schon zwei getötet jetzt Ja, man kriegt einen Lebensrecken-Effekt, das wusste ich gar nicht Ja, gerade nur so spontan aufgeführt Von Gottes willen ist die Map eng Ist das die aus Battlefield? Ne, ich weiß nicht genau was das für eine ist Aber ich hab auch meinen dritten jetzt getötet Die ist aus Battlefield glaube ich Doch, doch Die hab ich mal in Battlefield gespielt, die Map Da kommt meine Gaming-Erfahrung hoch Nice Alter, die Map ist Ich hab schon drei Da ist einer Das ist einer einer vollen Eisenrüstung Um Gottes willen, wenn ich den lang greife, könnte ich geliefert sein Aber Er schaut gerade in die Kiste Tommy, ich bin hinter dir Ich bin hinter dir Okay, dann hilft Ich hab die geholfen So, jetzt erstmal ausrüsten Jetzt erstmal ausrüsten Ja, ich geh hier kurz in die Ecke Okay Pass auf Was brauchst du an Rüstung? Äh, ich hab Eisenrüstung, Eisenhose Ich muss recken, aber ich hab kein Essen Vorsicht, da unten ist TNT Oh, ja Ich hab's genau gesehen, als ich um die Ecke kam Oh Mann Okay Aber der Typ ist für mich kein Problem, weil ich hab ne bessere Rüstung Okay Ja, mit dem Diabrustpanzer Da hat er nur zu fliehen Okay, diese Map ist einfach nur noch, äh, ein Geschlachter gewesen Okay, der rennt aber weg, äh, es ist 20 Sekunden ist Deathmatch Du bist tot? Ich bin tot Du bist durch das TNT gestorben? Jaaa Ja gut, da haben wir die Runde gewonnen Ja Ohne Deathmatch Oh mein, ich hab nicht gedacht, dass du es durch Ich hab nicht mitbekommen, dass du durch das TNT gestorben bist Ja, ich bin genau da um die Ecke, wo du gesagt hast Hallo, ich seh dich Da bist du Du bist ein Geist Hallo Oh mein Gott, jetzt gewinnen wir auf der Map, wo ich dachte, das ist die Map Wo wir auf jeden Fall nicht gewinnen Oh Gott Das ist ja typisch, so jede Map verkackt Und dann am Ende kommt die Map, wo ich denke Okay, das ist echt ne Map, da verkackt man sofort Ja Ja, aber saulustige Runden, gerne wieder, keine Ahnung, habt ihr Bock drauf? Öfter mal so ne Runde Team Quicks SG, fand ihr es unterhaltsam, fand ihr es lustig Mir hat es auf jeden Fall so viel Spaß gemacht Das hat mir auch Spaß Sehr cool, dass dabei war, danke Zombie Falls ihr mehr von Zombie sehen wollt, auch in der Beschreibung verlinkt Und ja, ich würde einfach sagen, das war's für heute von Minicraft Es gibt heute noch ein schönes Real-Life-Video Falls ihr das Video von gestern Nacht noch nicht gesehen habt, könnt ihr auch natürlich gerne auf den Kanal schauen Da geht es nämlich um Anton Nein Und was gibt's bei dir heute zu sehen, Zombie? Gibt's was? Eine Adventure-Map Eine Adventure-Map mit Maudado? Mit Maudado Ja, geil Sehr cool Also, falls ihr noch Bock auf eine Adventure-Map, sagt ihr, ach, mehr Minecraft wäre geil Dann ab zu Zombie Und ich würde sagen, haut rein Ciao Leute Bis später Ciao